Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben von BMW was richtig Brachiales hier auf den Hof gestellt bekommen, Leute. Der nagelneue BMW M5 CS. Den gibt es jetzt auch als CS-Version. Das heißt nochmal richtig pervers. Das ist ein Wahnsinnsgerät geworden. Hammermäßig, wie der da steht. Wir haben ihn, es gibt ja zwei verschiedene Farben, mit denen man ihn vorgestellt hat. Einmal mit diesem Frozen Deep Green, so ein dunkelgrünes Matt. Und das hier ist das Brands Hatch Grauel Matt. Ich finde ihn, so wie er jetzt hier steht, hammermäßig. Hammermäßig, wir waren ja damals bei der Vorstellung, da war er grün. Aber das ist wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Der ist Brachial geworden. Leistungstechnisch hat der V8 10 PS mehr. Das ist nicht so viel mehr zum Competition, also 635. Aber es sind auch 70 Kilo aus diesem Auto raus. Und das macht schon einen Unterschied. Also Beschleunigungswerte, die müssen wirklich sehr, sehr böse sein. Optisch, was mir so taugt an diesem Fahrzeug, ist die Combo. Also dieses Grau mit dem Gold im Grill mit. Das muss man glaube ich auch zeigen. Ich hoffe, man sieht es jetzt hier im Licht. Wenn wir da aufsperren. Ja, ein bisschen. Das schauen wir uns nachher vielleicht mal im Dunkeln nochmal an. Die leuchten nämlich gelb hier vorne, die Lichter. Aber das erkennt man, wenn die Sonne so draufballert, fast gar nicht. Aber das optisch genial. Dann hat er natürlich auch noch schöne goldene Felgen dazu. Und er hat hier immer wieder so goldene Elemente. Das finde ich. Also normalerweise Gold finde ich ist immer schwierig. Also kommt echt drauf an. Aber hier wirkt es so classy, weil das so ein dezentes Gold ist. Matt hier in der Stelle. Also der kommt echt richtig, richtig frech. Carbonspiegel, Carbondach natürlich. Volle Kanone. Da wird Gewicht gespart. Und dann auch noch am Heck nochmal hier so ein Carbon-Spoiler. Ein sehr, sehr schicker Diffusor auch. Und eine Doppelrohr-Abgasanlage, die ebenfalls gold ist. Kommt schon sehr, sehr frech. Das M5 CS Logo. Alles ist so perfekt farblich abgestimmt. Ich finde es echt ein granatenschönes Auto. Muss man einfach so sagen. Aber das Geilste, glaube ich, das kommt erst noch. Nämlich das Fahren. So, wir machen hier einmal auf. Dann sehen wir auch wieder. Warte mal. Ich glaube, wir müssen einmal hier noch von hinten vielleicht am besten. Man muss schon einmal, ist das schon geil, wie man hier einsteckt. Man muss einmal diese Sitze nochmal von hinten zeigen. Wir haben sie euch schon mal damals bei der Vorstellung gezeigt. Aber die Sitze, die BMW hier gebaut hat, ich glaube, hat man schon oft gehört und wurde oft schon gesagt. Das ist State-of-the-Art-Sitz. Der ist absolut genial, dieser Sitz. Das muss man einfach so sagen. Carbon von hinten, die Öffnungen, auch wie man drin sitzt. Werden wir gleich nochmal checken. Auch hier hinten muss man dazu sagen. Es ist nicht so, wie jetzt in einer normalen Limousine, dass man da jetzt einfach so ganz gemütlich so drin liegt. Sondern auch hier sind sportliche Sitze. Also selbst hier hat man sehr, sehr guten Halt und das Gefühl, okay, das ist ein sportliches Auto. Dann sind auch noch so ein paar so kleine Details. Hier zum Beispiel sieht man die Nordschleife in der Rücksitzlehne drin. Ganz dezent, aber cool. Also man möchte gleich beim BMW schon zeigen, hey, das ist ein großes Auto. Der wiegt 1,8 Tonnen, klar. Aber das soll ein Sportmonster sein. Der soll schnell sein. Und wie schnell das, checken wir gleich. Aber jetzt hauen wir euch erstmal ein Carpon rein und dann geht's los. Viel Spaß. Outside von Polo drauf. Und dann geht's los. Bitte. Ich versuche ältere Dings Hearst. Dann ebenso, Alice. Skyrimien définitioner folders. Ich versuche hierher Dings большin. υτ kingdom ist schwer. Bis zum Wire. Komm Kong so ich steige jetzt mal ein leute das hier ist der sitz von vorne also ein richtig knackiger sportsitz hier noch ein m5 logo drin und man muss schon eins sagen also wenn du jetzt einsteigst es ist natürlich nicht die komfortabelste variante zum einsteigen also das glaube ich ist jedem bewusst man muss immer einen abstrich machen aber man sitzt dafür halt hier sehr geil drin und hat hier noch mal so ein karbon element du kannst auch mal hier aber zwischen den beinen rein filmen dann sieht man das also ich feier es total ich weiß sehr so was machen wir mal an an der stelle erst mal auch noch hallo josh was geht ab jetzt sieht man dich nämlich das erste mal der josh ist heute am start weil wir ja mal leiser weil wir ja einen neuen content creator suchen und wir haben zwei eingeladen musste sehr coole bewerbung gemacht hat mir auf jeden fall sehr gut gefallen und deswegen drehen wir jetzt heute quasi gemeinsam das video nur damit ja da auch bescheid ist sind oben am link hat m1 m2 ja was das da kannst du so du kannst kannst du so ding drauflegen also so diese settings quasi einstellen hier motor efficient sport sport plus fahrwerk comfort sport sport plus kannst weil es nicht so wie ich jetzt das alles als auch für euch zu hause noch mal die info hier kann man das alles einstellen wir gehen aber jetzt direkt rein sport plus motor fahrwerk lenkung sport for wheel drive ausbruch auf laut weil ich einfach schon mal wissen will also hier ein bisschen zurecht finden zum beispiel letztes mal als ich hier den p5 war habe ich den fehler gemacht dass ich im stand das ding nicht im sport plus gestellt habe und dann ist der sound obwohl du hier so eine auspufftaste ist trotzdem nicht voll da gewesen aber schon mal gesagt mittlerweile bin ich gott sei dank schon mal m3 und m4 und sowas gefahren also es wird besser aber trotzdem ist es jedes mal wieder schon so dass man sich erst mal etwas zurecht finden muss hast du erfahrungen wir wehren sich jetzt nicht so viel ich bin da eher beim vw konzern okay also dann lernen wir das jetzt beide so zu sagen so was sie auf jeden fall gibt es mal rein dann ändert sich nämlich die ansicht auf dem tacho sondern dann ist das relativ man sieht den gang was man beim bmw zum beispiel auch einstellen kann das gibt es nicht so oft ist das hier schon mal siehst du kannst du die schaltzeiten einstellen also wenn ich das jetzt hier auf dieses niedrigste macht dann ist es quasi effizient schaltet ein bisschen langsamer und wenn du das nach oben stellst hier dann sollte er schneller schalten und richtig richtig dampf haben so und jetzt drücken wir mal durch und checken mal wie es sich anfühlt 50 drauf 200 250 ein bisschen am liebsten die verkehr geht schon gut oder geht gut das heißt schon richtig brutales gericht gerade so die erste kurve man merkt auch direkt diese bmw charakteristik was ich mal was mir echt immer sehr doll auffällt ist was einfach die bmw ist eine starke vorderachse haben also merkst du das merk ich das ist crazy oder also das man braucht sehr wenig lenkwinkel für sehr viel für sehr viel bewegung und es gibt einem als fahrer immer so ein unfassbares gefühl von das sehr direkt was es auch sehr sportlich anfühlen ist also ich glaube wenn du als autoersteller jetzt sagen würdest klar man kann es hier noch einstellen ich sehe gerade die lenkung ist gar nicht auf sport die ist offen die lenkung ist kann noch auf komfort okay das war komfort ja wenn du es natürlich als hersteller willst dass dein auto sich sehr smooth und komfort mäßig anfühlt glaube ich würde es das nicht machen aber wenn du willst dass es sich sportlich anfühlt dann machst du es so und dann merkt man auch direkt wenn man da um die kurve zuckelt wie sich das auto bewegt so jetzt schauen wir noch mal einmal durchheizen können 230 also der durchzug ist schon brutal wir fahren gerade 270 und ich habe das Gefühl da reißt immer noch gar nichts ab so 290 und 300 zack also also das ist schon das ist schon ordentlich Reifendruck erhöhen steht jetzt hier gerade ja also Reifendruck zu wenig und die bei BMW uns niedrigen Reifendruck reingemacht dass wir nicht so schnell fahren ja ja total also 1,8 Tonnen Fahrzeug geschleunigt dadurch wenn es kein Morgen geht das ist schon das macht schon richtig Laune Soundtechnisch wie findest du es? finde ich gut findest du es laut? laut nicht es geht also es geht ist nicht so laut jetzt aber hört sich gut an ja passt zum Auto für dich ja klangfarbe klangfarbe ist ist gut aber passt zum BMW auf jeden Fall passt zum BMW passt zum BMW hat er der klebt auf der Straße er klebt richtig gut vor allem er hat so eine also erstmal richtig gut stabile Traktion man hat gar nicht das Gefühl dass das Auto da ausbrechen will oder richtig regelt also so insgesamt und richtig sportlich nice jetzt stellen wir unser Auto mal da schnell hier kurz hin ähm es ist dunkel da können wir uns diese Lichter nochmal anschauen und nochmal einen Soundcheck machen das ist glaube ich ganz ganz gut weil sonst ist es hier so hell so jetzt sieht man das was ich meinte Leute die Lichter sind nämlich gelb wie man das so ein bisschen aus dem Rennsport kennt und das schaut richtig gut aus vor allem natürlich auch mit dem Grau und dem Gold in Kombination sehr geil von vorne das Auto wirklich erste Sahne glaube ich vorhin habe ich noch gesprochen hier auch in der Haube nochmal hier diese Öffnungen die wir haben mit Carbon macht schon echt mega also das Auto steht schon echt genial da das macht wirklich richtig Freude aber jetzt machen wir noch kurz den Soundcheck und diesmal richtig ich opt für mich ich opt für mich finde ich ziemlich geil das ist schon laut Welt ne sehr bassig so also ist schon ein freches Gerät so diesmal haben wir beide richtig gemacht so pass mal auf jetzt fahr ich noch einmal hier los danke ja da ist der Dalla der wieder der Warnblick angegangen vom Bremsen so freunde willkommen hier auf der airbase hier seht ihr das schöne ist man kann jetzt sich hier einfach austoben und wir können das richtig gut testen so wir stellen den einmal hin so ok wichtig dsc auf erster gang alles sport volle attacke heute ist auch noch mal ein bisschen kühler das sollte ihm auf jeden fall entgegen kommen somit schauen wir jetzt mal was wir hier auf die uhr bekommen achtung los geht's 0 auf 102,96 das ist das ist gewaltig schnell 100 207,1 das geht schneller das probieren wir jetzt hier einfach gleich noch mal jetzt ziehen wir hier mal durch zack 100 200 6,83 das sind ganz ganz krasse werte für so ein auto haben wir mäßig so was man auch mal machen kann hier hier kann man richtig schön mal testen wie er sich so fährt es ist so heftig finde ich wie bmw die autos abstimmt dass die so vorderachsen lastig sind das macht so frech im fahrstil aber sorgt auch immer dafür selbst wenn man jetzt hier so ein slalom pferd du lenkst ein die vorderachse grippt und bam dann kommt das heck so also es ist schon ist nichts für schwache nerven so zum abschluss ist ja auch dein erstes video jetzt hier ist schon mal so ein ist schon mal so ein kreis gedriftet so donut mäßig gedriftet ja schon mal schon das ist schon mal den reicherser warte mal das ist wie auch ein test wie gut du die kamera halten kannst also ich glaube ich bin klar Leute könnt ihr jetzt beurteilen wie stabil es war ja danke auf jeden fall schon mal an dich danke am bmw für das auto hat sehr viel spaß gemacht sehr geile kiste bin gespannt was ihr dazu sagt leute und dann sehen wir uns beim nächsten mal mal wieder haut rein